Ich habe es nach 17 Jahren endlich auch in den Stimmbruch geschafft. Digger, ich klinge wie so ein 13-jähriger Timmy, der heute das erste Mal in Deo verwendet hat und anfängt zu schwitzen und gleich Fortnite spielen. Ich musste heute eine Durchsage für die ganze Schule machen. Aber es hat doch keiner verstanden, was ich sagen wollte, Digger. Geschweige denn, mich als Noel identifiziert. Wisst ihr, wie unangenehm das war? Ich hoffe aber, die Erkältung geht schnell weg. Kommentiert gerne mal, gute Besserung.